Dann hätte ich gern hier noch... Nein, ein ist ja... Eigentlich sind es ja zwei, aber... Nee... So fäck ich mir ab, aber wenn das... Halbstellen kann man upgraden, gefällt mir. Ich dachte, das kann man nur bei Citizen Motion 2. Aber ich hab dann auch herausgefunden, dass man es auch... bei diesem Spiel kann... Tja, alles ist möglich. Na... So, jetzt haben wir hier den Mark. Den brauch ich aber gar nicht entdecken, was man in der Realität vielleicht müsste. Ja, sehr schön. Hier haben wir das Rathaus. Das würd ich aber noch gern von hier mit abdecken. Jetzt hätte ich hier gern noch ne Hallstelle, aber das geht nicht. Da lässt mich hier keiner mehr bauen. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich wieder etwas teurer. Aber Hauptsache, ich kann hier mal... den Straßenmann-Haltestell bauen. Dann geh ich nämlich ein später erst hier runter. Ja, du sollst ja auch nicht nach da verbinden, du Schlaufer. Danke. Ähm... Kinderbuch über ein Teddybär. Ist das etwa, ähm... Briefe von Felix? Ich weiß noch nicht, was er los kam. Ich weiß noch nicht, was er los kam. Oh, das, ähm... Lässt sich aus welchen Punkten, wo man ich nicht binden. Ich, ähm... Ich versteh nicht, warum das... ...hier nicht verbindet. Ich versteh nicht, warum das... ...hier nicht verbindet. Leute. Ach du Kacke. Das waren gerade mit mir... ...beziehungsweise mit der Maus los. Naja. Äh... ...dann auf jeden Fall... ...wiss das zur Kreuzung. Dann weiß ich noch nicht links oder gerade außen. Das Problem ist, dass ich nicht will, dass zu viele Linien hier... ...lang fahren. Hier lang würde ich... ...ähm... ...könnte nur einen zermäßigen Umweg nehmen. Da bekomme ich sogar fast schon in geliebten, ähm... ...Verliegenheit. So, jetzt weiß ich noch nicht, ob ich hier rechts hoch fahren soll. Ach, hochfahren. Ne, ne, ich fahr hier gerade los. Loll. ... Ah, das lässt sich schon wieder nicht verbinden, hab ich gehört. Weißt du was? Okay. Also die Nachrichten unten sind wir echt noch besser. Okay. hier oben will ich wieder rein wer nämlich lässt ist die Voraussetzung ich müsste vorher immer mal prüfen was der mich lässt meistens auch immer das lässt er mich muss man grad das ausprobieren besser aber hier zu verbinden aus irgendeinem Grund nicht ne gut er will jetzt wieder mit dass er es zu teuer mehr hat das abzuweisen sieht zwar jetzt bestimmt halt aus aber verkauf ich als ne Strecke die stillgelegt wurde ich würde gern hier hin was das ist weiß aber kein Mensch ne so jetzt bin ich mal hier gerade jetzt drehen hier zwar immer ein bisschen das Etablissem oder an der jeweiligen Stelle aber guck das will man als das 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 okay 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 damit hätte ich eine weitere relativ lange Linie die ich auch mal schwupps verbinden werde hier ist ein also total schnell voll zugeleistern werde ich hätte gern noch ne Straßenbahnlinie hier rüber aber ich glaub das muss ich dann wohl oder wie will mit ner Buslinie machen hoch zum Flughafen hoch zum Flughafen werde ich dann auch mit ner Buslinie fahren zumindest zum Anfang ich weiß nicht wie es so werden wird das finde ich auch so realistisch so unrealistisch ich hatte in Helsinki immer so nen Auftrag der hieß ähm schließen sie alle Buslinien die äh zum Flughafen führen warum weil der ein ich glaub ein Pferd war das eingeflogen gelassen hat und äh er ein spezielles Feld braucht um das halt da über zu montieren aber ganz ehrlich das macht überhaupt keinen Sinn warum man da für die U-Bahn Linie schließen sollte aber ist halt sehr die so logisch so äh die erste Linie hätte ich liebend gerne hier vom Hauptbahnhof dass das dann gleich die erste Linie ist ja das ist nämlich mein Problem deshalb wollte ich das hier nicht haben weil er mich dann hier rüber führt ähm machen wir das denn jetzt an den Busen ich lasse das mal so auch wenn es scheiße aussieht aber das ist halt manchmal gut also vor allem eins im zweiten Teil das ist meine Sache die sie wirklich im zweiten Teil gute hinkriegt haben und trotzdem macht Mercedes in Motion eins immer mehr Spaß als der zweite Teil ich werde das jetzt einfach mal so machen äh kostet mich zwar ein bisschen mehr aber das kann ich bei einem nicht das ist so ziemlich das einzige Spiel wo ich es nicht kann nur hier am Bildschirm ganz scrollen finde ich wunderbar dass es hier kann also trotz ähm verkleinert welcher zack so ok es ist eine relativ lange Linie aber ahhh bringt niemand Hermann der Präsident der Studentenvereinigung es hat nun der angestellt wurde ins Parlament gewählt wieso nicht so also jetzt habe ich die hier schon fast voll jetzt müssen die nur noch die zwei Halbstenwellen noch hier dran eins und zwei ah gut er hat es richtig rum gemacht weil sonst sehe ich mich schon im Versuch um ihn umzubringen weil andersrum gibt es nur Probleme mit äh mit ähm mit ähm mit ähm mit ähm mit ähm im Verkehr ich verstehe nicht warum die Textur hier nicht stimmt ich mache übrigens mal auf den Strassmann rein verstehe ich warum die Textur nicht stimmt und das ist für mich gerade ein Resium ok das ist für mich gerade ein Resium ok ich habe ja mit ähm mit ähm